ja hallo und herzlich willkommen zurück zu bear with me wir gehen jetzt nachdem wir mit rusty gesprochen haben erstmals arbeitszimmer in der hoffnung dass wir das finden ich entschuldige mich für ein husten da haben wir das loch in der wand in dem wir eine anubis statur die snacken wir mal weg alles klar war dieser bär ein geöffnetes buch das stimmt lampi ha 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 sehr gut das ist sehr 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 gut gucken wir uns den globus an ich mag es weil man sich selbst ein bisschen auf die schippe nehmen kann da gab es ein trofäe für na gucken wir uns die bücher noch an das stimmt wir brauchen wir haben doch hier eine batterie die schnurrer immer diese schnurrer ich liebe diese alten schnurrer wenn ich in meiner quest zu werden einen weltrennen novelist und pulitzer priz vielleicht werde ich einen schnurrer werden sicher sie lassen sich jemanden schnurrer werden hey ich bin nur 10 Jahre alt der welt ist mein schnurrer mhm das stimmt da kommen wir wahrscheinlich noch nicht durch weil wir eventuell noch eine neue batterie brauchen kommst du auch mit bär ach bär was machen wir nur ohne dich bär wie kommen wir jetzt hier am besten aus diesem raum wieder raus äh genau untersuchen wir das nochmal äh genau untersuchen wir das nochmal das schnurrer ich fühle mich wie ich da schon war ja warum wirst du nicht in etwas es ist eine dekorative plage oder ein award für wood chopping ich weiß nicht wirklich alles klar äh kommen wir hier irgendwie aus dem raum wieder raus hallo 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 wie kommen wir hier am besten äh wieder ah da aus dem flur ich möchte das äh was der hell was war das ich weiß nicht Ted Lichter Tricks ja ich glaube ich bin zu alt für das das Ding das Ding ja das klingt richtig nicht wirklich Entschuldigung was was war das gerade was was war das gerade ich wenn es mir einfällt wird es wahrscheinlich hinterher erstmal in die äh naja in die ausnahme äh aus der quasi nochmal was wollte ich sagen quasi in der aufnahme nochmal ein bisschen länger darstellen damit wir uns das in ruhe durchlesen können rust wir brauchen ein großes was ist das was ist das denn rusty wir brauchen eine batterie für unsere flashlight wir wollten wir uns helfen sicher ich habe batterie aber hier ist das problem ich gebe dir eine batterie ich werde den rest der Nacht und ich muss ein Einblick verhalten mhm kriegen wir nicht wenigstens eine das problem verkleinern Ja. Ich weiß, ich bin mehr als qualifizierend. Das Beste von ein paar Jahren vorhin, mit dem Roboter wegzunehmen. Ich war derjenige, der das ganze Schadig-Affäre durchgebracht hat, und du kennst es. Are you trying to play me, Bear? Ich weiß, dass du nichts zu tun hast. Das Ding war so hoch, es gibt keine Chance in Hell. Snoop, wie du, sogar noch so nahe zu wrapen es. Du hast da geblieben, Rust. Es war ich der Fall, und ich kann es tun. Ich habe die Falle und die Credentiale, und es ist mir von dem Kommissioner in meinem Büro irgendwo. Okay, okay, setz dich da, Bear. Du zeigst mir die Credentiale, und ich werde die Batterie geben. Es ist nicht, dass ich dich nicht vertraue. Ich möchte nur, dass du mich nicht spielen möchtest. Kriegen wir die wenigsten eine? Okay, verstanden. Dann würde ich sagen... ...Ted and Amber, move away. Oh my God, Ted, you're not supposed to read the brackets. A do-over? Keep it rolling! We should get to my office doll. There's an old file I have to find. What's this whole deal about anyways? Why can't he just give us a battery? We can keep an eye out. Rust is having a hard time coping with what happened. He worked in that mill for over 20 years, and now suddenly, he's got nothing to do. Let's just do this to humor him. Poor Rust. Okay, you're right. Let's find that file. I think by the time this is over, we're going to meet a lot of people in his position. ... 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 And ... ... ... ... ... Das ist nein. Was soll ich dir nicht sagen? Danke, Ted. Nimm es nicht, Partner. Ist das alles? Ja, das ist das. Gehen wir zurück zu diesem Hothead-Robot. Nicht zu ernst. Fast auch sehr, sehr nice ist. Außer mag ich diesen ganzen Schwarz-Weiß-Look. Was mega nice ist. Der Bär ist mega nice. Ja, ich bin gerade dabei, das Spiel mega zu beneißen. Weil das sich so gehört. Das ganze Spiel ist einfach mal bisher mega lustig. Und nice. Haben Sie Probleme mit Ihren Prozess der Kompetenz, Snoop? Nein. Es ist irgendwo in meinem Büro. Ich weiß es so viel. Sicherlich. Geh deine Zeit. Ich werde hier, wenn du mich brauchst. Okay. Integrator. Aber wir haben doch jetzt die Pfeilen. Ah, alles klar. Wir müssen ins Inventar gehen. Ah, alles klar. Hier. Bam, Digga. Bam. Da geht's, Junge. Es wurde von der Kommissioner Locke selbst verabschiedet. Insofern, wir brauchen wirklich diese Batterie jetzt, Rust. Zeit ist hier ein Faktor. Ja. 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 Hey, ich weiß es. Okay, gehen wir zurück ins Arbeitszimmer. Vielleicht können wir jetzt in das dunkle Loch mit den Spinnweben leuchten. So, bam. Ja, das haben wir schon gehabt. Äh, geöffnetes Buch. Zigarrenkiste. Eww, Zigarren sind gross. Von all den Pläten in der Welt, die Pflegerland ist, ist das nicht so wichtig für mich. Das sind auch noch Bücher von ihrem Opi. Ihr Opi hat eine Menge Bücher. So, gehen wir jetzt mal wieder raus. Ciao. Hier können wir es offenbar nicht gebrauchen. Gehen wir ins Elternzimmer. Vielleicht kommen wir da hier rein. Ach, was ist hier los? Das hört sich gerade. Pflanze. Okay, die Couch. Äh, das ist hier eine große Pflanze. Okay. Okay, die, die outside. Nur dieser ist inside. Es ist schrecklich. Okay, gehen wir mal zurück. Ah, genau. Jetzt können wir ins Badezimmer. Da war es doch so sch... Fett am Fienster. Also, ab ins Badezimmer. Badewanne, Schrank, Creme, ein paar Pillen. Die gucken uns doch mal glatt an. Etwas Toilettenpapier. Eine Toilette. Badewanne, Lebowski. Sehr gut, Alter. Das ist es. Das ist ein richtig gutes Easter Egg. Mann, sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr gut. Ja, Mann. Das, so gefällt mir das. So gefällt mir das richtig gut. Schön. Für diejenigen, die den Film kennen, der hier gerade, auf den hier gerade angespielt wurde, ne? Die wissen, warum dieses Easter Egg gerade so mega nice ist für alle anderen. Naja. Ein Wandschrank. Oh, ein Staubwedel. Geil. Den nehmen wir natürlich mit. Für ein paar Evidence. Okay, Putzzeug. Sehr gut. Noch ein Gemälde. Das zieht auch. Mit dem Staubwedel kommen wir durch das Loch. Gucken wir uns doch mal die Badewanne. Ja, das ist jetzt, Junge. Interessant. Amber singt also in der Badewanne. Wer von euch singt denn noch gerne in der Badewanne? Hier noch ein paar Gemälde. Den Schrank können wir den öffnen. Alles klar. Naja. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Uns erstmal in Ruhe angeguckt. Das war Specken noch nicht. Für dich nicht waschen, denn Wasser ist gross in der Morgen. Alles klar. So läuft das. Auf geht's. Hast du ihn schon gesehen? Was ist passiert? Was ist das? Dahl, hast du das gesehen? Ich, 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 ich weiß nicht, Ted. Was war das? Es ist gut. Es ist nichts, wahrscheinlich. Es ist das Mittwoch der Nacht und das Licht spielt mit Tricks an uns. Let's go. Das war creepy. Das sind ein paar creepy Nachrichten an der Wand. Auf zurück, los. Schnell zum Ostflur. Komm, Mr. Bear. Arbeitszimmer. Da können wir jetzt bestimmt durch das Loch kriechen in das Zimmer von Flint. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Loch in der Wand. Ah nein, nein, nein. Jetzt kommt wieder der Dialog. Verdammt. Jo, 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 jo. Alles klar. Wir müssen hier ein bisschen wedeln. Denn am Montag kommt die Brutzfrau mit ihrem Staubwedel. Und sie wedelt. So gehört sich das. Da, ich versuchte es ab. Geh durch. Warum nicht du durch? Obviamente nicht, ich bin nicht fit. Otherwise, ich würde es total machen. Sicher, du würdest. Die Brutzfrau. Untertitelung des ZDF, 2020 No-one was doing anything about it. Did I pick the wrong time to get out of that dump? According to Rust and Millie, one man is responsible for all this mayhem. In one week, he's become a synonym for fear throughout the city, and police and thugs alike are shuddering at the mention of his name. Huge news. They call him the Red Man. I have a strong feeling in my gut. It's all somehow connected. My retirement, the fires, and the official cover-up. What happened to Flint, the Red Man. It's all leading to her. Amber. The last piece of the puzzle I have to solve. Does she know more than she's led me to believe? Or have I let my suspicions get the better of me? It's hard for me to admit this. It's also downright stupid. But I've let myself trust her over the years we've worked together. And I have to trust her now. Sooner or later, we'll find ourselves back in that hellhole of the city. This bond I have with her will be the only threat I'll have to hold on to when things go from bad to worse. In Paper City, all bets are off. But the stakes were never as high as now. like that's what I see. Because of不能 I have a who of quy for it.